Leute was geht ab ich werde euch meine Fortnite Karten zeigen und hier habe ich schon das Heft und ja dann mache ich mal auf hier haben wir hier ja das ist die einzigste holo die ich habe die hier und dann haben wir hier noch die und wenn ich mal umblättern habe ich noch diese und auf der Seite habe ich noch den den die hier